ja hallo zu einem neuen video bisschen ungewohnte umgebung und ich dachte für einen talk genau das richtige ich war auf der gamescom 2024 die fand jetzt ja ende august statt aber ich war da nicht alleine ich war zusammen mit dem manuel von sammlerschutzhüllen und da habe ich eine ganze menge cooler sachen erlebt und was ich da erlebt habe ja das will ich auch erzählen aber nicht in diesem video denn manuel und ich haben zusammen ein eigenes video oder einen schönen podcast talk aufgenommen wo wir stundenlang drei teilen wird das video geteilt über alle einzelheiten reden und wir haben echt viel erlebt und richtig spannende und interessante sachen gesehen all das werdet ihr da erfahren und ja wie gesagt in diesem video ein zwei kurze szenen habe ich euch eingeblendet das war es aber auch den rest seht ihr hier in dem video was jetzt hier hoffentlich auf poppt und wenn ihr da klickt seid ihr bei dem kanal von dem manuel und könnt unser jetzt das video sehen und dann bei ihm weiter schauen beziehungsweise hoffentlich lasst ihr auch ein abo bei ihm da denn dann könnt ihr die weiteren teile sehen wie gesagt aufbau und tag 1 das seht ihr da jetzt also klicken bitte ja ihr könnt zwar auch dieses video liken und teilen aber es ist nicht so vollständig das ist eigentlich das da also da jetzt bitte klicken wir haben doch keine zeit wir wollen anfangen da also ihr wolltet auch das bitte ja ihr wollt es doch schauen ihr wollt wissen was wir da erlebt haben deswegen da klicken ich habe noch ein paar sekunden dann müsst ihr das video nochmal gucken oder in der video beschreibung den link klicken ja also unsere erlebnisse von mir und manuel auf der gamescom in diesem video gut ich sage euch hier tschüss aber bitte versucht zu klicken bis dann